Mit dem Orient Express nach Istanbul, Straßenbahn Sarajevo. Der Tram-Fahrer spricht kein Wort Englisch, aber selben Deutsch. Und das vor allem Sätze wie, wo wollen Sie hin? An der nächsten Station Umstand. Die Bahn kommt alle vier Minuten, bitte nehmen Sie Platz. Haben Sie schon eine Fahrerkarte? Ich glaube, die Sarajevojenischen Tram-Fahrer werden gezwungen, in ihrer Freienzeit deutsche Tram-Fernsehserie zu gucken, um sie auf den harten Alltag als Sarajevo-neminischer Tram-Fahrer vorzubereiten. Sie sind bereit für alles. Wovon handelt deutsche Tram-Fernsehserie? Ich habe keine Idee. Kein, lass es schimmer. Aber morgen geht es weiter nach Mostar mit dem Bus.